Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mal wieder mit euch eine Türsprechanlage einbauen und zwar in diesem Fall die PL690QM. Diese Türsprechanlage oder mehr sagen ein Vorgängermodell dieser Türsprechanlage habe ich schon mal in einem meiner Videos eingebaut. Dieses Video blende ich euch einfach hier oben ein. Habt ihr dieses Modell schaut ihr euch bitte dieses Video an. Aber kommen wir jetzt zum Einbau dieses Systems. Wichtig, dieses Video bezieht sich nur auf den Einbau und die erste Inbetriebnahme. Die Endkonfiguration dieses Systems wird noch mal in weiteren Videos abgehandelt. Diese werde ich euch am Ende dieses Videos oder unten in der Videobeschreibung noch mal verlinken. Dort könnt ihr dann drauf gehen. Als allererstes schauen wir uns mal den Lieferumfang dieses Systems an. Wir sehen hier folgende Komponenten vor uns. Die reine Türsprechanlage, das Außenmodul, unser benötigtes Netzteil 15 Volt 1,5 Ampere, die benötigten Installationskabel sowie das LAN-Kabel. Alternativ steht auch WLAN zur Verfügung. Dafür haben wir hier nochmal diese alternative WLAN-Antenne. Um die Anlage schlussendlich richtig zu verwenden oder auch einsetzen zu können, ist es mitunter noch erforderlich Zusatzmaterial zu erwerben. Alternativ kann man noch einen zusätzlichen Türgong dazu kaufen. Einen Türöffner, das empfehle ich jeden, dieses System mit einem Türöffner zu betreiben. Für den Türgong sowie auch für den Türöffner wird natürlich auch eine Stromversorgung benötigt. Desweiteren gibt es alternativ noch die Möglichkeit, die Tür auch ohne Smartphone zu öffnen. Dafür benötigen wir einfach einen handelsüblichen Taster. Hier können wir einen ganz normalen Standard-Taster, handelsüblichen Taster verwenden. Desweiteren ist es aber auch zwingend erforderlich, um diese Anlage überhaupt in Betrieb zu nehmen, über einen WLAN-Router zu verfügen. Und dieser WLAN-Router muss natürlich auch mit dem Internet verbunden sein, sonst funktioniert das alles hier nicht. Kommen wir erstmal zum reinen Einbau. Als allererstes nehmen wir hier unser Grundmodul und schauen uns erstmal unser Grundmodul an. Auf unserem Grundmodul finden wir folgende Komponenten. Wir haben hier oben eine Kamera, hier Nachtsicht-LEDs oder LEDs, die nochmal bei Dunkelheit das Kamerabild ausleuchten. Wir haben hier die reine Klingeltaste und ein Klingelschild, wo ihr euren Namen eintragen könnt. Hier ein Bedientastenfeld, hier unten ein Mikrofon und hier oben den Lautsprecher. Wir öffnen die Box. Als Hinterteil haben wir hier diesen Metallkörper. Diesen könnt ihr natürlich in der Außenanlage montieren, einputzen oder einfach nur anschrauben. Hier wird die reine Anlage dann einmontiert. Das legen wir einfach mal beiseite. Und hier haben wir dann unsere reine Türsprechanlage. Wir sehen von hinten die Installationskomponenten. Wir haben hier mehrere Steckmodule. Beginnen wir einfach mal unten links. Hier unten haben wir unseren Power ein. Das heißt, hier wird die Anlage mit eurem Travo verbunden, um überhaupt erstmal über Spannung Strom zu verfügen. Als zweites haben wir hier oben einen zusätzlichen Klingelanschluss. Das heißt, über diesen Anschluss können wir einen weiteren Gong anschließen, so dass ihr natürlich auch ohne Smartphone hört, wenn irgendjemand an der Tür ist. Dann haben wir hier drüben zwei größere Schnittstellen. Die erste hier vorne hat eine Doppelbedeutung. Das heißt, die unteren Kontakte sind für den Anschluss eines Türöffners und die oberen Kontakte, die oberen beiden Kontakte sind für den Anschluss eines Tasters. Das heißt, wir können mit diesem Taster und mithilfe dieses Taster natürlich auch die Tür öffnen, ohne ein Smartphone zu verwenden. Dann haben wir als letztes noch hier drüben diesen Anschluss. Der ist dann für die Verbindung mit unserem LAN-Netz gedacht. Zu guter Letzt haben wir dann noch einen Antennenanschluss. Der ist sehr unscheinbar. Ich zeige ihn euch einfach mal. Der ist hier unten, dieser kleine Antennenanschluss. Hier können wir dann schlussendlich noch unsere WLAN-Antenne montieren. Beginnen wir einfach mal mit dem Aufbau der Anlage. Als allererstes beginnen wir mit der Montage unserer Stromversorgung. Dieses Modul kann auf Hutschiene montiert werden. Achtet bitte darauf, montiert dieses Modul bitte nicht in feuchten Umgebungen. Dieses Modul hat schlussendlich einen Eingang und einen Ausgang. Als allererstes sehen wir hier unten unseren IN. Hier wird unser 230 Volt Anschluss angeschlossen. Das sehen wir oben auch markiert mit AC. Und hier oben haben wir unseren OUT. Das ist markiert mit DC, Plus und Minus. Hier gehen wir zur Anlage. Bitte achtet darauf, wenn ihr hier die Anlage anschließt, dass ihr die Anlage nicht verpolt. Solltet ihr die Anlage verpolt anschließen, könnt ihr sie damit beschädigen. Wir haben einen kommenden 230 Volt Anschluss. Entweder habt ihr eine fest verlegte Leitung, die ihr hier anschließen könnt oder ihr macht es wie ich. Ihr benutzt hier einfach einen Stecker und schließt ihn hier unten an das Modul an. Solltet ihr hier wie in meinem Fall flexibel Kabel verwendeten, empfehle ich euch hier natürlich Ader-Endhülsen aufzubringen. Ich habe die Kabel einfach mal abisoliert, stecke hier diese beiden Ader-Endhülsen auf und verpresse sie mit einem dafür geeigneten Werkzeug. Nun können wir diese Leitung mit unserem Dravo verbinden. Hier ist eine Verpolung nicht möglich, da wir hier Wechselstrom haben. Wir lösen unsere Schrauben, bringen die Kabel an die dementsprechende Position an und ziehen diese Schrauben wieder an. Um nun unsere Anlage mit der Stromversorgung zu verbinden, haben wir im Lieferumfang dieses Adapterkabel. Dieses müssen wir nun mit dem Dravo verbinden. Wichtig, verpolt es nicht. Plus ist rot, Minus ist schwarz. Da ihr euer Dravo in der Regel nicht in der Nähe eurer Außenanlage ist, dementsprechend müsst ihr noch ein Kabel dazwischen schalten. Ich empfehle hier mindestens 0,6 oder 0,8er Querschnitt zu verwenden. Achtet bitte darauf, dass ihr auch hier nichts verpolt. Schließt dann dieses Kabel mit dem Dravo an und verbindet dann in der Verlängerung natürlich dieses Kabel mit dem Verlängerungskabel. Achtet bitte auch darauf, dass diese Verbindung vor Wasserfeuchtigkeit oder Berührung geschützt ist. Haben wir nun diese Verbindung hergestellt, können wir diesen Stecker hier unten an der untersten Position einstecken. Ich habe hier natürlich einen Stecker an meinem Netzteil, das heißt ich kann hier einstecken und habe erstmal keine Spannung auf unserem System. Somit haben wir die Stromversorgung hergestellt. Kommen wir als nächstes gleich zu unserem Türgong. Diesen könnt ihr alternativ einbauen. Müsst ihr allerdings nicht, aber ich baue es gerne mit ein. Habt ihr eventuell mal kein Handy am Mann, hört ihr trotzdem, wenn irgendjemand an der Tür ist. Dieser Türgong kann alternativ hier oben an dieser Schnittstelle angeschlossen werden. Dafür haben wir im Lieferumfang wieder ein ähnliches Kabel wie das Powerkabel, eigentlich sogar dasselbe Kabel. Dieses wird benutzt, um den Türgong mit der Anlage zu verbinden. Ihr geht dir bitte folgendermaßen vor. Für den Türgong sowie auch für den Türöffner braucht ihr natürlich ein separates Netzteil. Dieses beschafft ihr euch und schließt das dann dementsprechend hiermit an. Euer Netzteil hat wieder zwei Aderenden. Wir haben hier kommend von unserer Anlage auch zwei Aderenden. Wir suchen uns eine x-beliebige Ader aus. Ich nehme einfach mal die rote und verbinden die mit einer Ader des Netzteiles. Achtet bitte darauf, wenn ihr einen Gong habt, wo Plus und Minus beachtet werden müssen oder ein Netzteil, wo Plus und Minus beachtet werden müssen, beachtet darauf. In diesem Fall ist das nicht erforderlich. Das heißt, ich kann hier diese rote Ader mit einer x-beliebigen Ader hier verbinden. Ich empfehle euch natürlich hier auch Ader-Endhülsen zu verwenden. Für die Demonstration geht es jetzt erstmal ohne. Ich verbinde hier die eine Ader mit der kommenden Ader vom Netzteil, verschraube dieses. Die zweite Ader, die wir hier sehen, verbinde ich mit einer x-beliebigen Ader meines Türgongs. Und nun haben wir noch eine zweite Ader von unserem Türgong wieder kommend. Diese verbinden wir mit unserem Netzteil, so dass dann der Türgong in Folge natürlich auch wieder mit Strom versorgt werden kann. Somit haben wir einfach eine simple Schaltung hier aufgebaut. Wir haben kommende Leitung von unserem Netzteil unterbrochen und diese wird jetzt durch diesen Stecker geschaltet, also durch die Anlage. Ich führe ihn hier oben an dieser Stelle ein, bringe ihn ein und habe damit meinen Türgong mit der Anlage verbunden. Kommen wir als nächstes hier zu dem größeren Steckermodul. Die Belegung dieses Systems ist folgendermaßen. Braun ist frei, blau und grün sind für den Türöffner, rot und schwarz sind für die Tasterschaltung für den Türöffner, um ihn schlussendlich ansteuern zu können. Wir verbinden jetzt einfach mal die ganze Geschichte. Beginnen wir mit dem Türöffner. Da haben wir wieder grün und blau. Diese beiden Adern müssen jetzt wieder mit einem Travo und mit dem Türöffner verbunden werden. Wir nehmen eine beliebige Ader von unserem Travo. Ich habe hier ein Wechselstrom Travo. Habt ihr ein System, was mit Gleichstrom funktioniert, müsst ihr bitte auf Plus und Minus achten. Ich muss das hier nicht. Ich verbinde jetzt eine x-beliebige Ader, hier in diesem Fall einfach mal die grüne, direkt mit meinem Netzteil. Dieses kann ich in meinem Fall mit dem selben Netzteil bewerkstelligen, was hier auch mein Türgong speist. Also klemme ich das hier einfach mit bei. Ich klemme die grüne Ader hier wieder an eine x-beliebige kommende Ader von meinem Netzteil. Ich nehme hier gleich wieder die erste. Und die blaue Ader ist jetzt gehend zu meinem Türöffner. Ich habe diesen Türöffner hier einfach mal verlängert. Das heißt, wir haben hier den Türöffner. Ich habe hier ein Verlängerungskabel eingebracht. Das wird ja bei euch auch so sein. Und hier nehmen wir ein x-beliebiges Kabel und verbinden das mit der blauen Ader. Damit ist jetzt unser erster Anschluss des Türöffnerkontakts über die Anlage geschaltet und unser zweiter Anschluss des Türöffnerkontakts, der jetzt hier noch frei ist. Dieses verbinden wir jetzt wieder mit unserem Netzteil. Wir nehmen dafür die zweite Ader oder die zweite Schnittstelle, die noch frei ist bei unserem Netzteil und verbinden diese Ader mit unserem Netzteil. Somit haben wir auch unseren Türöffner wieder mit dem Netzteil verbunden und die ganze Geschichte wird über die Anlage geschaltet. Alternativ können wir die Tür natürlich auch im Innenraum nochmal mit einem Taster öffnen. Dafür gehen wir folgendermaßen vor. Wir haben hier noch den schwarzen sowie den roten Anschluss. Diese beiden Adern werden nun standardgemäß mit einem ganz normalen handelsüblichen Taster verbunden und der Taster schließt dann hier den Kontakt und kann so eure Tür auch öffnen. Dazu nehmen wir hier diese beiden Adern, nehmen hier einen handelsüblichen Taster. Ich nehme jetzt hier einen ganz normalen Taster, wie er normal für Lichtinstallationen verwendet wird. Ihr könnt natürlich aber auch Niedervolltaster nehmen. Das ist ganz egal. Ich verbinde diesen Taster einfach mal mit einer Standard-Nym-Leitung und zwar nehme ich einfach mal schwarz und blau. Diese stecke ich in die beiden Tasterkontakte ein. Somit kann ich mit diesem Taster diese beiden Kontakte schließen. Wir nehmen auf der anderen Seite unsere kommenden Kabel. Die haben wir dann zu unserer Anlage geführt. Hier empfehle ich euch dementsprechend geeignetes Verbindungsmaterial zu nehmen. Ich nehme hier diese Schnellverbinder. Hier können wir die beiden Adern vom Taster kommend einbringen. Und diese haben jetzt hier eine Schnellverbindung. Diese können wir dann einfach mit unseren beiden Adern schwarz und rot verbinden. Hier können wir jetzt auch nichts verpolen. Das heißt, wir können das frei wählen. In diesem Fall verbinde ich einfach schwarz mit schwarz und rot mit blau. Aber umgekehrt hätte es dementsprechend auch funktioniert. Jetzt können wir hier unseren Steckkontakt nehmen und können diesen in die Anlage einbringen. Bleibt nun noch zuletzt die Verbindung mit unserem Internet oder Router. Dieses erfolgt wie gesagt entweder über ein Standard-LAN-Kabel. Dafür nehmen wir diesen Adapter. Diesen können wir an dieser Stelle anbringen. Oder alternativ natürlich über WLAN. Dafür nehmen wir hier diese kleine Antenne. Wir haben hier dieses Verlängerungskabel dabei. Hier haben wir diesen Mikro-Stecker. Und diesen bringen wir hier drinnen auf dem anderen Mikro-Stecker auf. Beim Anbringen der WLAN-Antenne gebt ihr euch hier bitte etwas Mühe. Dieser kleine Mikro-Stecker kann sehr schnell zerstört werden. Dafür nehmen wir hier diesen Mikro-Stecker, legen ihn hier unten über den Steck-Port einfach gerade darüber und drücken mit etwas Kraft drauf. Achtet bitte darauf, dass der Stecker gerade aufgebracht wird. Ist das nicht der Fall, könnt ihr ihn zerstören. Beim Aufdrücken ertönt ein kleines Klick-Geräusch und somit habt ihr die Antenne montiert. Zu guter Letzt verbinden wir nun noch unseren WLAN-Anschluss mit unserer Anlage. Dafür auch wieder den vorkonfigurierten Stecker einfach auf der richtigen Position einbringen. Er kann auch nicht vertauscht werden. Und somit ist unsere Anlage komplett betriebsbereit. Bitte prüft jetzt nochmal alle Anschlüsse. Ist das alles in Ordnung? Nehmen wir unsere Anlage nun in Betrieb. Wenn wir die Anlage zum ersten Mal in Betrieb nehmen, gebe ich euch noch einen kleinen Tipp. Setzt bitte die Anlage bei ersten Betriebnahme bitte einmal zurück. Dazu geht ihr einfach folgendermaßen vor. Ihr trennt eure Anlage kurz vom Stromnetz. Ich habe hier einen Schalter eingebaut. Ich kann also die Anlage einfach abschalten. Eventuell zieht ihr einfach den Stecker oder zieht hinten den Modulstecker an eure Anlage. Schaltet die Anlage kurz aus. Wartet bis sie komplett spannungs- oder stromlos ist. Ich empfehle hier 10 bis 25 Sekunden. Schaltet die Anlage wieder ein. Wir hören einen Quittierton. Jetzt drücken wir die Gong-Taste. Halten diesen Knopf für ca. 45 Sekunden gedrückt. Die Status LED hat geleuchtet. Und unser Signal ist ertönt. Jetzt können wir die Ruftaste loslassen und haben unser System komplett zurückgesetzt. Nachdem wir nun alles angeschlossen haben, gibt es an sich drei Möglichkeiten, wie wir jetzt diese Anlage mit unserem Smartphone oder unserem Tablet verbinden können. Möglichkeit 1 ist das direkte Suchen in unserem WLAN-Netz. Möglichkeit 2 ist das Scannen des QR-Codes hier hinten auf der Anlage. Und Möglichkeit 3 ist die Einbindung in das LAN-Netz und das direkte Suchen im LAN-Netz. Ich gehe einfach mal ganz schnell auf alle drei Möglichkeiten ein. Als allererstes benötigen wir jetzt die App, um das System zu steuern. Die App finden wir standardgemäß im Android-Store oder im Apple-Store. Den Link haue ich euch unten einfach mal in die Videobeschreibung. Diese App laden wir uns einfach mal herunter. Nachdem wir diese App nun gestartet haben, kommen wir auf diesen Standard-Startbildschirm. Beginnen wir zuerst mit der Konfiguration direkt nur über WLAN. Das heißt wir haben keine LAN-Verbindung, wir konfigurieren über WLAN. Das geht folgendermaßen. Wir betätigen die Taste Add New Device. Unser Tablet sucht die Anlage, findet sie wie wir hier sehen auch. Und wir bestätigen die Anlage, indem wir sie einfach antippen. Jetzt warten wir, bis die Anlage sich mit unserem Endgerät verbindet. Dieses kann bis zu zwei Minuten dauern. Wir haben jetzt hier den Punkt Starten der Konfiguration. Und jetzt werden wir aufgefordert, unser WLAN-Passwort, und zwar das WLAN-Passwort, was wir in unserem Router auch vergeben haben, hier der Anlage preiszugeben. Dieses bestätigen wir. Und jetzt wird das WLAN-Passwort an die Anlage übermittelt. Und diese Anlage kann sich mit eurem Heimnetz verbinden. Das war die Verbindungsvariante 1. Das Einrichten ist immer wieder dasselbe. Deswegen gehen wir jetzt erstmal die anderen Verbindungsvarianten mit durch. Die zweite Verbindungsvariante wäre das Scannen des QR-Codes. Dazu geht ihr bitte folgendermaßen vor. Wir sehen wieder unseren Standardbildschirm. Und hier wählen wir diesmal den Punkt Add New Network Device. Und hier haben wir jetzt mehrere Auswahlvarianten. Wir entscheiden uns hier für den Punkt Scannen des QR-Codes. Jetzt können wir die Kamera unseres Smartphones oder unseres Tablets verwenden und den QR-Code der Anlage einscannen und kommen so zu unserer Konfiguration. Der letzte mögliche Punkt wäre noch das Finden der Anlage in einem normalen LAN-Netz. Das ist eigentlich meine favorisierte Anschlussvariante. Wenn ihr die Möglichkeit habt, legt ein Cut-Kabel zu eurer Anlage und verbindet eure Anlage per Cut-Kabel mit eurem Router. Das ist die komfortabelste Variante und die sicherste Variante. Hier haben wir ja vorhin unseren LAN-Stecker angeschlossen. Hier stecken wir unser Cut-Kabel rein, verbinden es dann auch mit unserem Router und haben somit die Anlage mit unserem LAN-Netz verbunden. Verbinden wir die Anlage mit dem LAN-Netz wird automatisch das WLAN abgeschaltet und über WLAN könnt ihr die Anlage nicht mehr erreichen. Nachdem wir die Anlage nun mit unserem LAN-Kabel verbunden haben, können wir sie auch jetzt wieder im LAN suchen. Dazu schauen wir wieder auf unsere App und wählen den Punkt Add New Network Device und hier dann bitte den Punkt LAN Search. In diesem Punkt wird sofort unsere Anlage angezeigt, währenddessen der Suchvorgang weiterläuft und wir klicken direkt auf unsere Anlage. So und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der ist wieder bei allen drei Verfahren gleich. Nachdem wir die Verbindung hergestellt haben, müssen wir unsere Anlage noch einrichten. Das heißt, wir müssen die Passwörter und alles bestätigen, was wir brauchen. Wir sehen nun hier vor uns den Konfigurationsbildschirm und hier müssen wir folgende Daten eingeben. Ganz oben geben wir der ganzen Geschichte einen Namen. Das heißt, das ist mal deswegen die Anlage 1, die Anlage Haupteingang 1 oder wie ihr es auch nennen wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal die Anlage Test. Im zweiten Feld ist die Anlage beschrieben. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Hier ändert ihr bitte nichts. Im dritten Feld müsst ihr jetzt euer Benutzernamen eingeben. Wählt hier bitte nicht einen individuellen Namen für euch, sondern gebt den Namen ein, den euch der Hersteller vorgibt. Diese Daten können im Nachhinein geändert werden. Das zeige ich euch später. Wir haben hier die Vorgabe vom Hersteller Admin und als nächstes müssen wir noch das Passwort eingeben. Bitte bei den Eingaben achtet darauf, dass ihr keine Leerzeichen hinter den Buchstaben oder Wörtern habt. Das führt zu einem Fehler. Das Passwort geben wir auch ein und das wäre in unserem Fall Standardpasswort 1, 2, 3, 4. Auch das Passwort kann im Nachhinein natürlich von euch geändert werden. Jetzt müssen wir natürlich erstmal unsere Standardwerte eingeben. Nachdem wir nun unsere Daten eingegeben haben, bestätigen wir die ganze Sache. Nachdem wir nun unsere Systeme eingerichtet haben, müssen wir nochmal einen Punkt kontrollieren. Der ist sehr wichtig. Wenn dieser Punkt nicht erfüllt wird, funktioniert euer System nicht. Dazu geht ihr folgendermaßen vor. Wir sehen hier unser System, was wir gerade eben eingerichtet haben. Das System heißt hier in diesem Fall Test und es leuchtet auch der grüne Punkt, das heißt die Verbindung steht. Bitte drückt jetzt hier die drei Punkte rechts oben. Hier kommen wir in ein weiteres Einstellmenü und hier muss eine wichtige Einstellung gesetzt werden und zwar Outdoor Calling In. Dieses muss auf jeden Fall auf On gesetzt werden. Sollte dieses nicht gleich funktionieren, wiederholt einfach diesen Schritt, bis der Schalter auf On sitzt. Jetzt bleibt uns nur noch eins. Es wäre schön, wenn natürlich die Anlage auch die aktuelle Uhrzeit hätte. Diese können wir gleich hier mit synchronisieren, indem wir einfach die Taste Time Async drücken und die Zeit synchronisieren. Nachdem wir das nun alles durchgeführt haben, machen wir einfach mal einen kleinen Test. Wir öffnen mal die Anlage, indem wir hier direkt dieses Vorschaubild anklicken. Jetzt können wir natürlich hier mit unser System fernsteuern. Ich erkläre euch einfach mal die Symbole. Fangen wir einfach mal hier links an. Foto bedeutet, drücke ich hier drauf, mache ich einen kleinen Screenshot, das heißt ich nehme ein Foto auf. Drücke ich auf die Videokamera, zeichne ich ein Video auf, was also bedeutet, ich kann die gegenüberliegende Person filmen. Als nächstes haben wir den Kopfhörer. Betätige ich diesen, kann ich natürlich alles, was draußen gesprochen wird, hier bei mir hören. Als nächstes haben wir ein Mikrofon. Wenn wir dieses einschalten, kommt hier unten dieses kleine Mikrofonsymbol. Drücke ich hier drauf und halte es fest. Solange ich es halte, kann ich sprechen und alles, was ich spreche, wird unten an der Hausanlage wahrgenommen. Als nächstes haben wir noch ein kleines Pausensymbol. Drücke ich dieses, wird der Stream gestoppt und dann haben wir ein Schlüsselsymbol. Mit diesen kann ich aufschließen, allerdings nur, wenn ich es vorher im Programm eingestellt habe, dass ich ohne Code aufschließen kann. Wenn ich jetzt unten die Tür öffnen will, müssen wir jetzt im Moment den Code eingeben. Das bedeutet in meinem Fall 1, 2, 3, 4. Und wir hören, es hat Klick gemacht, was also bedeutet, jetzt habe ich unten die Tür geöffnet und kann unten die Person zur Tür hineinlassen. Noch ein wichtiger Punkt zum Öffnen der Tür. Hier gibt es oftmals Probleme. Manche Türöffner brauchen hier einen längeren Impuls oder manchmal braucht man generell einen längeren Impuls, da die Leute etwas länger brauchen, die Tür zu öffnen. Den Öffnungsimpuls könnt ihr einstellen. Wir gehen wieder aus dem ganzen System hier heraus, klicken wieder auf diese drei Punkte, diese Einstellungen. Und jetzt haben wir hier den Punkt Unlock. Da klicken wir einfach kurz drauf. Und hier können wir jetzt die Öffnungszeit in Sekunden einstellen, solange wie jetzt zum Beispiel der Türöffner summen soll. Das heißt, in der Regel stellt man hier drei bis vier Sekunden ein. Das müsste eigentlich reichen, um die Tür aufzudrücken. Habt ihr dieses getan, bestätigt ihr das mit OK und ihr habt eure Türöffnungszeitintervalle eingestellt. Kommen wir aber nur als nächstes zum Praxistest. Das heißt, es kommt irgendjemand unten an eure Tür und betätigt die Klingel. Wir haben ja nun alles hier angeschlossen. Betätigt jetzt jemand hier diese Türklingel, klingelt unser Gong, den wir angeschlossen haben. Aber auch jedes Device, das heißt jedes Handy, jedes Tablet, was mit dieser App ausgestattet ist und mit der Anlage verbunden ist. Wir testen das einfach mal. Ich drücke hier den Türgong. Wir hören, es hat alles geklingelt um uns herum. Jetzt betätigen wir die Taste Accept. Mit Accept nehmen wir quasi das Gespräch entgegen und wir sehen, wir haben hier ein Live-Bild. Ich mache mal den Ton aus, sonst gibt es eine gigantische Rückkopplung. Und wir sehen, was an der Tür los ist und können jetzt mit dieser Person sprechen und können diese Person hereinlassen. Wie wir sie per App hereinlassen, habe ich euch ja gerade eben gezeigt. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie wir die Person des Weiteren noch hereinlassen können. Wir haben ja vorhin diesen Taster hier angeschlossen und dieser Taster ist jetzt auch in der Lage, die Tür zu öffnen. Wir haben hier unseren Türöffner. Ich betätige jetzt kurz den Taster. Dadurch kann ich auch meine Tür nochmal öffnen. Das heißt, mit diesem System bin ich nochmal unabhängig von meinem Tablet oder von meinem Handy und kann auch, wenn ich mein Handy oder mein Tablet nicht dabei habe, trotzdem noch die Tür öffnen und trotzdem noch mitkriegen, wenn irgendjemand an der Tür ist. So, als nächstes habe ich jetzt nochmal einen Fehler simuliert. Den haben mir einige Zuschauer zugetragen. Das kann passieren, wenn die App nicht korrekt schließt, dass die Verbindung zu dem System offen bleibt. Was also bedeutet, wir sehen, die App hat geschlossen, aber wir sehen hier noch die Kamera, sie ist in Betrieb und hier diese LEDs leuchten noch. Wie kann man das in den Griff bekommen? Die einfachste Lösung ist hier, wir nehmen die Anlage, trennen sie kurzzeitig vom Stromnetz, warten fünf bis sechs Sekunden und verbinden sie wieder. Alternativ hilft es auch, wenn man sich einfach wieder mit dem Handy nochmal auf die Anlage einloggt und ein Videobild öffnet. Mitunter funktioniert es dann auch, dass dann quasi diese Verbindung wieder nachträglich unterbrochen wird. Nun kommen wir als letztes noch zu einer wichtigen Funktion, die man im Außenbereich auch gerne nutzen möchte. Eventuell möchte man nicht immer seinen Schlüssel mit rausnehmen und möchte aber wieder ins Haus hineinkommen. Dafür haben wir hier unten ein Tastenfeld auf unserem Bediensystem. Hier können wir jetzt Benutzer hinzufügen, die einen Eintrittscode erhalten. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man mal Handwerker oder sowas hat. Hier kann man ein kurzfristiges Benutzerpasswort anlegen. Die Handwerker können eintreten und wenn die Geschichte beendet ist, löscht man das Benutzerpasswort und somit kommt keiner mehr ins Haus. Um ein Benutzerpasswort einzulegen, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Wir suchen uns die Sterntaste und betätigen diese lang. Nachdem wir diesen Quittton gehört haben, geben wir unser Passwort ein. Nachdem wir diesen Quittton gehört haben, wählen wir einen Benutzer. Das kann zwischen 1 und 40 sein, aber ab 31 ist reserviert. Also nehmen wir eine zweistellige Zahl, nehmen wir einfach Benutzer 11. Und diesem weisen wir jetzt einen Eintrittscode zu. Der muss meistens vierstellig sein, also nehmen wir 5, 5, 5, 5. Haben wir diese Eingabe durchgeführt, betätigen wir Sternchen. Und damit kann jetzt unser Benutzer natürlich eintreten. Wir testen das einfach mal. Wir betätigen 5, 5, 5, 5. Und wir haben gehört, es hat Klick gemacht und unsere Tür wurde geöffnet. Wir können es nochmal ausprobieren. 5, 5, 5, 5. Und die Tür öffnet sich. Diesen Benutzercode könnt ihr natürlich auch wieder löschen. Das geht ganz einfach. Wir betätigen wieder die Sterntaste lang. Nach dem Quittton geben wir wieder unser Passwort ein. Nachdem wir das Passwort eingegeben haben, wählen wir einfach den Benutzer. Und haben damit das Passwort gelöscht. Jetzt bestätigen wir das alles mit Sternchen. Und damit ist der Benutzer wieder aus dem System gelöscht. Das heißt, wir hatten vielleicht Handwerker in unserem Haus. Wir hatten ihm begrenzten Zugriff auf unser Haus gewährt. Jetzt haben wir den Zugriff gelöscht. Und wenn jetzt der Handwerker kommt oder die Person und möchte wieder in das Haus hinein und gibt seinen Code ein. Das wäre wieder 5, 5, 5, 5. Und abgewiesen. Die Tür lässt sich so nicht mehr öffnen. So und damit möchte ich dann auch erstmal zum Ende dieses Videos kommen. Es gibt hier zu dieser Anlage noch viele anderen Themen. Die werde ich dann nochmal in einem weiteren Video abhandeln. Das wäre viel zu viel für dieses Video. Denn es gibt noch viele schöne Einstellungen, die man an dieser Anlage vornehmen kann. Auch über den Internet Explorer. Und das handle ich wie gesagt in einem anderen Video ab. Dieses Video findet ihr neben anderen Videos natürlich hier unten in den Anmerkungen. Hat euch das Video in irgendeiner Form weitergeholfen oder gefallen, würde ich euch um einen kleinen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? So schaut doch einfach auf meinen Kanälen vorbei oder abonniert diesen Kanal hier. Denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Schöp. 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 Schöp.